Nacht 3. Schaffe ich das noch? Könnte ich noch schaffen. So, Nacht 3. Achso, ich muss das doch locken, Leute. Ich muss es doch locken. Sagt mir doch Bescheid. Warum ist es hier denn jetzt dunkel? Was soll denn das? Wo ist denn der Lichtschalter? Hier, mach das. Mach an. So, ist gelockt, dass die Tür ist offen, Tür offen, Das ist übrigens unsere Lieblingscousine, die ermordet wurde, wegen der wir jetzt hier diesen Nebenjob zu Hause freiwillig noch angefangen haben. Okay, warte, es war zu. Gleich geht's los. Kameras checken. Dann noch mal ein bisschen Kaffee zu mir nehmen. Oh, warte mal. Hier hatte ich zugemacht, ne? Hier hatte ich. Aber hier noch nicht. So. Wir können übrigens nicht von rechts an den Kopf. Das war auch sinnvoll. Ich habe gerade gar nicht geguckt. Vier Fälle. Oh my goodness. Okay, der war halt, also ein Fremder, der da bei den Kindern, wo man die halt abholt, rumlungert. Eine Frau. Hm. The strange part was, sie hat geschrien in diese Gruppe von Kindern. Als ob sie nicht wüsste, wen sie abholt. Und keiner sah so aus, als ob er in das Auto gehen wollte. Aber es ging welche. Sehr merkwürdig. Ähm. Ja, die, die sahen halt eigentlich ziemlich unsicher aus. Das ist schon merkwürdig. Zwischen 30 und 40. Ne? Dann machen wir das. Female. Brown und Hazel. Search. Und dann gucken wir mal wieder. Weil das nimmt ja immer, gerade wenn man nicht weiß, wer es ist, schon Zeit in Anspruch. Okay. Alles clear. Weiter geht's. Was? 5, 6, 143. 147 passt besser. 38. 50. Klara. 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 Was hab ich geschrieben? gerade so geschafft ihr habt gesehen die zeit war jetzt ziemlich wenig unklar ob ich jetzt gerade was gehört habe und clean äußern middle school and of school day merkwürdig okay zusammenfüllen of course got him safe and sound okay hatte ich gerade anny ist in zeit und blies okay weil erledigt weg dann das ist schön aber wir haben nicht viel zeit gucken noch mal immer zwischen den fällen auf jeden fall na klar na lass mich ans fenster das ist zu ich habe noch zeit okay so liam wright ich liebe es wenn die namen schon klar sind was hat er gemacht warte mal ach so kann man die dann auch nicht gucken mach dich verdammt nochmal ich hasse es wenn du das machst ich darf das nicht ich darf das ist ganz schlecht aber ich will ihn dann halt los werden und dann drücke ich viel zu viel scheiße 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 ich hasse es sei nicht so verwirrt ich habe mich nicht mädel hallo licht hallo licht ich habe bis jetzt nur den tenner kennengelernt wir müssen den anderen auch nicht kennenlernen muss nicht sein muss nicht sein nicht dass tenner ähm ansprechender wäre ne ja was ist denn hier also wer hat das denn gelegt das ist schon das richtige oder ich weiß nicht jem right ich glaube schon ja klar ist jetzt das licht ausgegangen ja es war schon das richtige ja lecke mich doch hart am arsch macht es an junge hier hat jetzt aber keiner eingebrochen ich sitze ja auch direkt daneben ne ist noch irgendwo anders das licht ausgegangen ne 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 wie hätte ich das verhindern können ich weiß es nicht ich habe ja nur gehört dass das licht ausgegangen ist habe es wieder angemacht und ich hätte euch da jetzt unmöglich wissen können dass der schon drin ist wenn man ja weiß dass der drin ist kann man sich da einfach verstecken in eine von den abstellräumen aber ich habe das nicht gehört also es kann sein dass das da ein winziges geräusch gibt aber ich habe es nicht gehört dass er eingestiegen ist die sau dieses ort aber ist egal wir sind immerhin schon bei tag 3 von fünf irgendwann werden wir es vielleicht schaffen in zehn aufnahmen oder so steht mir bei willkommen zurück zu einer neuen aufnahme ist für euch und immer noch dieselbe folge für mich sind einige tage vergangen starten wir noch mal mit tag 3 ich hoffe ich schaffe es heute mal bis tag 4 das wäre schon schön also ich bin schon mehrmals für mich privat bis nach drei gekommen aber halt weiter nicht und ich hatte dann aber auch noch mal mehr fehler jetzt habe ich ja glaube ich immer noch null fehler oder kann das sein nicht gelockt auch hier ist auch dunkel oh mein gott ich würde gerade sagen ich mache erst mal in der küche licht an aber ich kann einfach nur darauf vertrauen dass am anfang noch keiner hier einsteigt aber ich weiß nicht, wie du ... halt ... boah ... du hast den lichtschalter nicht gefunden ... nein ... bloß nicht ... auch hier ist echt offen ... seid ihr verhuckt ... jetzt ist es aber überall nicht gelockt gewesen deswegen bin ich mir unsicher wie das im schlafzimmer war ich kann mich nicht erinnern dass ich da gelockt habe ok ... es war wirklich so ... auf hier und jetzt geht es aber arbeiten ... ich hoffe es ist noch vor neun ... damit wir unsere fälle schaffen ... ja gut ... ok ... was war das ... ahja ... alles klar ... gut arbeiten ... oh und hier Upgrades haben wir ja noch ein paar ... gut Kitz ... lassen wir mal zwei ... kommen vier ... weil wir vier Fälle machen müssen ... und dann noch ... das ... ne das geht gar nicht ... ok ... dann müssen wir erst ... ah ... das war vielleicht ein bisschen ungünstig ... aber naja ... so ... so Hilton Woods ... ach wie liebe ich es ... wenn wir das schon haben ... Males Brown ... und ... äh ... 20 bis 30 ... ich weiß noch gar nicht was er getan hat ... aber ich kann ihn ja schon mal suchen ... ah ... oh mein Gott ... ok ... na gut ... Hilton Woods ... wo bist du ... ok ... was hast du getan ... so ... jetzt fange ich schon wieder an zu lesen ... so jetzt fange ich schon wieder an zu lesen ... so ... also ... er war mit ... Hilton's sister zusammen ... also dieser hier ... und ... äh ... ja ... dann haben sie sich wahrscheinlich deswegen geschlagen ... weil wer mag das schon ... wenn hier ... äh ... Kollegen einfach mit ... mit der Schwester rummachen ... und äh ... die ... die Handschuhe wurden eigentlich gecheckt ... aber irgendwas ... war da komisch ... ja ... keine Ahnung ... ich habe es jetzt nicht alles gelesen ... wir müssen ja schnell machen ... Hilton ... Woods ... oh ... warum ist das groß ... Rootkit ... ne ... noch nicht connecten ... warte ... machen wir erst mal das her ... schreck mich bloß nicht wieder ... ich habe zwar nichts gehört ... irgendwie das Licht ausgegangen wäre ... aber ... sicher sicher ... gut ... oh da war ein Auto ... gleich nochmal gucken ... so ... connecten ... nein ... no ... da war es ... okay ... das nimmt uns natürlich viel Zeit weg ... kann man ja auch mal gucken ... kann man ja auch mal gucken ... call came ... oh ... woman's daughter ... meine Güte ... didn't return home ... warte ... ihr seht gar nicht alles ... oh mein Gott ... oh mein Gott ... mail für ihr seht ... front porch ... marihuana ... okay ... war es ... das war es ... okay ... gut ... das hat jetzt glaube ich nichts damit zu tun ... also ... also nach dem ... äh ... fight ist halt der ... Jimmy ... der was mit ... hatte er was mit der Schwester ... oder ... ja ... der Jimmy hatte was mit ... seiner Schwester ... und das fand er wohl nicht ... so ... cool ... ich erlaube mir nur einmal ... hier das nicht zu schaffen ... und dann ... ähm ... muss ich wirklich so ein ... gut Kit ... nehmen ... Boxers to die in the ring ... champion ... Boxer die ... Sweating ... Sweating out ... bla 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 ... how to hollow out ... boxing gloves ... ist ja schon mal scheiße ... ne ... für dich ... ganz normale ... Boxer-Bilder ... okay ... ich guck erst mal hier drauf ... du Sau ... oh nein ... ach du Scheiße ... gar nicht gut ... das ist noch zu ... ne ... pfff 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 ... ich versuche übrigens nicht ... so loszuschreien ... und mich nicht so doll ... zu erschrecken ... weil ich nicht allein bin ... mal ... pfff ... pfff ... pfff ... und es ist mitten in der Nacht ... ... also ... pfff ... pfff ... Enjoy the next couple days because it's going to be the last you see of this close, oh God. I hate you. Told you he was going to lose. Before he goes to sleep. It's part of the sport. Oh my God. Ich brauche eigentlich nur den richtigen Beweis noch. Brauchen wir ja zwei Beweise. Ich muss halt noch mal los. Ich weiß, es hat eine Tür, aber ich gehe doch nicht an die Tür. Ich bin doch nicht bekloppt. Da ist eh keiner. Ja, die verarschen uns nur. Gym owner, no problem. I get around, maybe tomorrow. You're going to make sure that's the case inside your desk. Ah ja, gut. Der hat den erpresst, dass er nichts sagt. Another pair of gloves. Okay, nee, das finde ich noch besser. Gio. So. Ich hoffe. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay. So, jetzt müssen wir uns aber beilen. Was ist das hier? Weg damit. 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 Vielen Dank.